Ja, ich fühl mich grad irgendwie unwohl, wenn ich die Maus halte. Und das macht mich halt inkonsistent. Es ist gut, dass Jon3 extra nur für dich und äh, 94 genervt hat. Wer? Jon3 auf seinem Basel-Ratter fix. Ist der Basel-Ratter fix gut? Ja. Nice. Was macht der fix? Fixen. Ist der Level Bucky oder was? Er macht das Level einfach gut. Oh, nice. Schaffts gerade einfach. Gooo! What the fuck? What the fuck? Hä? 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 Ja, moin Digga. Ja, Vasel-Ratter. Shitty Vasel-Ratter.